Die Zauberstab Das mach ich auch immer Du schaffst das, Helm Halte die Taste gedrückt, ziele... Achso, so geht's Lass die Maustaste los und wirken den Zauber Was ist das denn, ey? Hm, wir müssen das Ding hier wohl aus dem Weg schieben Bruder, einer von uns könnte die Pulse zaubern Ja, was denn nun? Ih, nee, ich will nicht Helmhinder sein Nein Nein Ich erinnere mich an die Pulse Linke Maustaste gedrückt halten Die Pulse! Hey, Hermine! Wo ist jetzt deine Ratte? Da ist häufig was drin zu finden Ich will aber nicht Hermine sein Weasley, kommst du bitte nach vorn? Oh, nee, ich will nicht schwimmen Äh, ich? Sind sie sicher? Hermine ist bei Zaubern viel besser Hermine will ich auch nicht sein Du schaffst das schon Ron Geh einfach durch diese Tür und fang an Hä, was? Wie, was muss ich denn machen? Hallo, warum erklärst du mir nichts? Hä, was muss... Gott ist das laut Ui, ah, oh Gott Hä, wie ist denn das hier? Hallo Ja Ja Achso Ach du Scheiße, das ist ja eine blöde Steuerung Es ist ein bisschen wie Flappy Bird Nur in einer Ego Perspektive Genau so Nee, nicht genau so Gott ist das blöd Ah, jetzt hab ich's glaube ich langsam raus so ein bisschen Genau so Halt doch mal Ach man Harry Musst du das kommentieren Ansonsten hat das immer Oliver Wood gesagt Genau Harry Weiter Ne, wie hat er das immer gesagt? Gut so Weiter so oder so Alles klar Ja Ja Ach Das ist ja eine hässliche Katze Hä? Was? Was war das? Und welche Fragen? Hä, was war das denn? Was? Drücke Pfeiltaste oben und halte die rechte Maustaste gedrückt, um weit zu springen Ja, so genau so mit Fli Wann immer du den Zauber unterbrechen möchtest Hier, ich springe in die Haare Mit dem Kaninchen und der Zauber wird nur alleine aufzuwirken So, was? Wo muss ich hin? Achso Kann ich noch weiter? Ach das sieht aus Wackelarsch So Das Wackelarschkaninchen Gibt's bestimmt auch als Karte Ich auch Das sieht aus Oh Gott, nee Das sieht aus Sag mal, sammelst du jetzt mal das Schild ein? Oder kann ich das nicht, weil ich ein Dragon bin? Ich kann das Schild nicht aufsammeln Ja, komm egal Aha, und jetzt muss ich Feuer speien oder was? Hä, was ist das denn? Hä? Hervorragend, Hermine Hervorragend Das war gut Wir sollten jetzt wirklich zu Zauberkunst gehen Oh ja, man, warte doch erstmal Wo ist denn das überhaupt? Hier Hallo, ich bin Professor Flippen Willkommen zu Zauberkunst Ich kenne dich seit drei Jahren Heute lernen wir einen sehr nützlichen Gefrierzauber namens Glatius Ich glaube im sechsten Teil, glaube ich, das erste Mal vor Ah Ah Harry, alles in Ordnung? Nee, ich bin tot Ja, geht schon Geht schon Aber ich sehe keinen Weg zurück nach oben Elast 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 Entschuldigung Hallo, na, ich bin hier Hallo Jetzt sitzen wir beide hier fest Ach, nee Schnell Geh Wie kann ich euch jemals danken? Geh Geh, hau ab Wir sehen uns wieder Du bist wirklich der Sohn deines Vaters, Harry Nee, ich bin der Sohn deines Vaters, weißt du? Ach Du bist wirklich der Sohn deines Vaters, was soll das denn? Ja, wessen Sohn soll er denn sonst sein? Boah, wie weit geht's denn hier? Ah, da ist ein, das ist ein Fauch Eine Herausforderung Hä? Oder muss ich jetzt hier noch mehr machen? Eine Herausforderung Ja Oh, das ist, ja, toll, jetzt ist eh gleich die Zeit vorbei Eine Herausforderung Ja, Hermine, wir haben's kapiert Wie oft willst du denn das noch sagen? Eine Herausforderung Oh, also wenn du das jetzt noch einmal sagst Puh, da muss ja hier irgendwo noch was sagen Eine Herausforderung Halt die Klappe jetzt Oh, jetzt ist auch gleich wieder zu Ende Eine Herausforderung Eine Herausforderung Oh, ja Eine Herausforderung Oh, ja